hallo guten morgen herr doktor wie geht es dir ja gott sei dank gut ich brauche ihre hilfe doktor nene ich bin nicht krank ich bin nicht krank jetzt silvester kommen in paar tage silvester und meine frau meine frau wollen schwiegermutter bringen schwiegermutter soll kommen und feiern mit uns und herr doktor wenn diese frau kommen mein ganzes jahr kaputt glaube mir ganz zehn jahre kaputt wenn ich diese wenn diese frau sehen kannst du mir doktor papier geben dass ich corona haben nur silvester zwei tage ich schmeiße 1 januar schmeiße weg diese papier ja bescheinigung warum nichts gehen doktor ich zahle kein problem 100 euro zahle kein problem 500 euro zahle kein problem nur bescheinigung bitte doktor geht nix in deutschland warum diese deutschland so kompliziert warum alles nichts gehen in meine heimat doktor kaufen doktor diploma arzt diploma kaufen augen operieren mit dieser diploma nieren raus machen mit dieser diploma leute sterben aber egal hauptsache arbeiten und in deutschland nix gehen immer probleme doktor warum deutsche so kompliziert warum und dann sagen deutsche ausländer müssen integrieren 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 warum integrieren ihr müsst auch integrieren und dann